So, ich mach das Ganze hier ohne Skript, weil scheiß drauf einfach. Ich rede jetzt ein bisschen über Lies of Pi. Das ist ein Spiel, das irgendwann im September rauskommen wird und für das irgendwann letzte Woche eine Demo erschienen ist. Die Demo habe ich gespielt und deswegen kann ich jetzt ein bisschen drüber berichten. Erstmal überhaupt, was ist Lies of Pi? Vom Namen her, das Pi, das steht vermutlich für Pinocchio oder so. Denn die ganze Welt in dem Spiel basiert so ein bisschen auf Pinocchio-Lore, nur halt in düster und es geht um Puppen und den ganzen Kram. Geppetto kommt auch drin vor, Shoutout an den. Und vom Spiel her ist es aber ein Souls-like. Also es gibt auch tatsächlich seit neuestem so einen fast 10-minütigen Trailer, in dem nochmal alles erklärt wird und da sagt der Mann, der da erklärt mindestens auch dreimal das Wort Souls-like. Selbst in der Steam-Beschreibung steht, Lies of Pi ist ein aufregendes Souls-like, das die Geschichte von Pinocchio auf den Kopf stellt und sie vor der düsteren und eleganten Kulisse der Bell-Epoche ansiedelt. Whatever die Bell-Epoche ist, vermutlich habe ich es auch falsch ausgesprochen, aber das steht hier so geschrieben. Das Coole an der ganzen Sache ist auf jeden Fall, dass anders wie andere Souls-like dieses Spiel weniger an Dark Souls und mehr an Bloodborne erinnert. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Gebete von Menschen wie mir, die schon seit Jahren auf einen Bloodborne Remaster oder so hoffen oder halt einen Port auf dem PC, damit man dieses Spiel, was man auf PS4 und PS5 spielen kann, was an guten Tagen 30 FPS erreicht und an schlechten Tagen eher weniger, eben auch mal in flüssig gespielt werden kann, weil bei diesem Dark Souls-mäßigen, auf Reaktionen basierende Ausweichspiel und so, es wäre schon cool, wenn man das Spiel flüssig spielen könnte, sind wir alle ganz ehrlich. Dennoch, trotz dieser Schäden, ist Bloodborne eben eines der besten Spiele, was es da draußen gibt für sehr viele Menschen und ich habe gerade auch ein Schema entdeckt. Bloodborne, beste Spiel, wo gibt es auf der Playstation, Zelda Tears of Kingdom, beste Spiel, wo gibt es auf der Switch. Beide maximal im 30 FPS-Bereich. Ich glaube, an diesen Erfolg versucht Starfield jetzt anzuknüpfen. Der Trick hat aber schon bei Redfall nicht funktioniert, also weiß ich nicht, was Microsoft da macht. Aber eigentlich soll es hier ja um Lies of P gehen. Was macht Lies of P wie Dark Souls und Co.? Fast alles. Also man hat Checkpoints, an denen man sich regenerieren kann und Level bzw. Leveln kann man hier nur im Hub, also wie bei Bloodborne. Hoffentlich ändern sie das vielleicht noch zur Veröffentlichung, man weiß es nicht, es macht eigentlich gar keinen Sinn. Außerdem sind die Level auch so aufgebaut wie in Dark Souls und Bloodborne, das heißt, man läuft da erstmal durch und irgendwann schaltet man aber Abkürzungen und so frei, dass man dann tatsächlich wieder zurück kann zu seinen Checkpoints, die relativ rar gesät sind. Allerdings, meine Meinung, in diesem Spiel hier, die Abkürzungen definitiv kommen häufiger vor als in Dark Souls und Bloodborne, was definitiv nicht schlecht ist, weil das verkürzt sehr viele Wege. Elden Ring hat es ja ganz anders gemacht, dass es neben diesen Lagerfeuer-Checkpoints noch diese Statuen gibt, das ist hier jetzt aber nicht drin. Ne, es ist eher die alte Souls-like Formel. Ohne das, was Elden Ring an Quality of Life Changes gemacht hat, die damit kommen mussten, weil man ja ein Open-World-Spiel gemacht hat und deswegen man Wege verkürzen wollte und sowas. So, Kern-Game-Design hin oder her von dem Artstyle, beziehungsweise wie alles düster ist und auch die Designs der Charaktere und so erinnert definitiv mehr an Bloodborne. Außerdem scheint mir von dem, was man jetzt in der Demo so gesehen hat, das Kern-Gameplay auch ein bisschen mehr Bloodborne-mäßig zu sein, weil man wird für aggressiveres Gameplay belohnt. Ja, es gibt A, keine Schilde, klassiker und B, funktioniert zum Beispiel die Heilung so, dass wenn man seine Ladung aufgebraucht hat von seinem Estus Flask, man durch mehrere Angriffe es wieder schaffen kann, eine extra Ladung zu bekommen und sich dadurch dann wieder heilen kann. Außerdem habe ich in diesem 10-Minuten-Trailer erfahren, was mir aber beim Spiel nie aufgefallen ist, dass wenn man Gegner geblockt hat, man quasi die Lebenspunkte nicht alle direkt verliert, sondern auch so in einen Zwischenmodus kommt, die Lebenspunkte, die man dann durchschlagen, wieder aufladen kann. Also so wie man quasi, wenn man bei Bloodborne getroffen wurde, wenn man ganz schnell den Gegner wieder schlägt, dann kann man auch wieder ein paar Lebenspunkte regenerieren. Aber, wie gesagt, mir selbst im Gameplay nicht aufgefallen und das hat einen guten Grund, nämlich ich habe gar nicht so viel geblockt. Das ist immer für mich, blocken und parieren, so eine Sache, die ignoriere ich ganz gerne, weil es umso frustrierender ist, wenn man versucht zu parieren, also im richtigen Moment den Blockknopf zu drücken, dass man gar keinen Schaden bekommt, ist es umso frustrierender, wenn man es nicht schafft und dann den vollen Schaden bekommt. Ich habe sogar in meinem ersten Bloodborne-Playthrough, ich habe es versucht mit dem Parieren, also da in Bloodborne ist es ja so, dass du die Gegner dann im richtigen Moment mit der Pistole treffen musst und dann staggern die und dann kannst du denen ordentlich Schaden machen und so, das heißt, es bringt eigentlich nur Vorteile, habe es ganz am Anfang vom Spiel versucht, irgendwie zu verstehen, wie das funktioniert, habe es nicht gerafft und das ganze Spiel habe ich dann einfach ohne das durchgespielt und in meinen späteren Playthroughs habe ich es dann irgendwann gelernt und möchte es jetzt eigentlich nicht mehr missen. Das heißt, auch wenn ich bei Lies of P erstmal dagegen eingestellt war, habe ich mich dann dafür entschieden, okay, weißt du was, machst du es doch. Und zwar habe ich das dann gelernt bei quasi dem Endboss der Demo, ja, also es gibt dort zwei Bosskämpfe drin, die ist ungefähr so zweieinhalb bis drei Stunden lang, je nachdem wie lange man braucht. Es kommt darauf an, wie oft man stirbt, schätze ich, weil der hatte für mich Angriffe, wo ich nicht ganz verstanden habe, wie ich den hätte ausweichen sollen und dann habe ich mich dafür entschieden, naja, wenn Ausweichen nicht funktioniert, dann machst du es halt mit Parieren und das hat das Spielerlebnis um einiges verbessert. Jetzt geht das wieder los. Kring die Angriffe, kann ich doch nichts. Ah, ja, vielleicht muss man den blocken oder so. Ja, ich habe pariert. Das habe ich nicht verdient. Insgesamt muss ich auch sagen, habe ich richtig Bock auf das Spiel. Gerade spiele ich ja noch hauptsächlich Tears of Kingdom weiter, also Zelda und da muss ich sagen, wenn ich einen Kritikpunkt an dem Spiel habe, dann dass das Combat, ähm, also das Kampfsystem ziemlich langweilig ist. Und hier ist es halt so, das Spiel macht halt nicht viel Neues, aber es ist halt wirklich, ähm, diese, ja, Souls-like Formel par excellence, ne. Ich habe es gerade gemerkt beim letzten Bosskampf, ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich habe dann irgendwann angefangen zu parieren, das ist halt wirklich, du gehst rein, siehst das Moveset, denkst dir, okay, wenn er das macht, kommt der Angriff, dann muss ich aufpassen, dass ich hier, äh, zu der Seite ausweiche oder da und dies und das mache. Und dann habe ich halt irgendwann festgestellt, nach so zwei Tris, okay, und bei dem habe ich keine Ahnung, wo ich ausweichen muss, ich probiere es mit parieren und dann habe ich das gemacht. Und du lernst halt die Bosse, das heißt, du lernst das Spiel. Ähm, ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn da ein ganzes Spiel drumrum ist, ne, ob das dann irgendwann ein bisschen eintöniger wird. In der Demo habe ich gedacht, es sind ganz schön wenige verschiedene Gegnertypen. In diesem 10-Minuten-Video, was die rausgebracht haben, sieht das schon ein bisschen anders aus. Man darf gespannt sein. Apropos verschiedene Gegnertypen, ein großes Gimmick von Lies of P ist auch noch, dass es verschiedene Waffen gibt. Ja, no shit, es gibt verschiedene Waffen. Nein, die Waffen bestehen fast alle, es gibt ein paar Unique-Waffen wohl, ähm, bestehen aus der, wie heißt denn das, aus der Klinge und aus dem Griff. Und du kannst die quasi auseinandernehmen und verschiedene Waffen mit, also alle möglichen Griffe, die du hast, mit einem möglichen Klingen kombinieren. Und, ähm, ja, dadurch ändern sich wohl die Movesets und auch die, äh, der Schaden. Und an den Klingen sind auch so Special Moves dabei, die du eben mit, äh, mit so Special Move-Sources benutzen kannst. Da muss ich sagen, äh, die, die ich in der Demo hatte, waren jetzt nicht so beeindruckend. Habe ich halt benutzt, wenn sie ready waren, aber ein normaler Schlag hätte es da vermutlich in dem Moment auch getan. Außerdem hat unser Hauptcharakter Pinocchio, äh, auch so einen coolen Prothesenarm, den man wohl in verschiedene Sachen, verschiedene Prothesen umwandeln kann. Da hat man in diesem 10-Minuten-Trailer gesehen, dass da, keine Ahnung, Feuer und Blitz und sowas rausschießen können. Hier in der Demo hat man einmal, dass der mit dem Arm hauen kann. Das ist absolut der Wahnsinn. Und außerdem, äh, einen mit dem Seil dran. Und das Seil wiederum kann man wohl in verschiedene Richtungen upgraden, wenn ich es richtig verstanden hatte. Hab, aber es ging in der Demo noch nicht. Und dann war es in der Demo einfach nur, dass du Gegner mit dem Seil gepikst hast. Aber theoretisch könntest du wohl mit dem Seil auch dich an Gegner ranziehen oder Gegner an dich ranziehen, je nachdem, wie du es upgradest. Es ist wohl viel möglich, aber es ist halt dann auch immer die Sache, wie viel davon ist ein ganz nettes Gimmick und wie viel davon bringt dir auch wirklich was später im Spiel. Und wo wir von Gimmicks reden, es gibt ein was in dem Spiel, das ist auch ganz merkwürdig, und zwar deine Waffenhaltbarkeit. Also das ist ja in Souls und Bloodborne und so auch. Aber du kannst jederzeit in dem Spiel deine Waffen schleifen mit so einem Schleifstein, der quasi in dem Prothesenarm auch eingebaut ist. Das heißt, du kannst sogar Infight machen und so und dich dann wieder aufladen. Keine Ahnung, in der Overworld, also wenn du da nur rumläufst von einem Trashmob zum anderen, dann ist das so, dass du das halt zwischen den Trashmob drückst. Und ich hab gedacht, ja gut, vielleicht wird das dann riskant, dass also wenn die Leiste, deine Haltbarkeit wirklich komplett kaputt geht, dann wird die auch nicht wieder repariert, wenn du neu responst oder so. Dann musst du tatsächlich zum Händler und sagen, hier, meine Waffe ist kaputt gegangen, reparier mir die mal bitte. Das heißt, es ist eine Mini-Inconvenience. Es ist aber bei mir nie passiert in der Demo. Und ich hab gedacht, naja gut, vielleicht passiert es dann im Bosskampf so, also dass du den Boss so oft hauen musst, dass deine Waffe dann irgendwann tatsächlich kaputt gehen kann, wenn du dir nicht im Bosskampf dir eine ruhige Minute suchst, wo du dann auch mal am Schleifstein schleifst. Aber ist nicht aufgetreten. Also weiß ich nicht, was das für ein komisches Gimmick ist, ob das irgendwann eine Relevanz haben wird im Hauptspiel. Bis jetzt in der Demo ist es einfach nur da gewesen und hat mehr gestört als, also gestört hat es ja auch nicht, weil es ist ja nie was passiert, aber es war halt da. So wie der Dragonrod in Seekiro quasi, wenn du da, also ich weiß nicht, wie oft du da sterben musst, dass das tatsächlich irgendeinen Einfluss auf die Spielwelt gemacht hat, aber bei mir ist das im Playthrough nie eingetreten, dass NPCs gestorben sind, weil ich zu oft gestorben bin durch dieses Dragonrod-Zeug. Ja, bei Lies of P ist es halt dann wirklich nur, wenn du vergisst, zwischen Trashmobs irgendwann dir ab und zu mal den Schleifstein zu grinden, dann kann es passieren, dass deine Waffe kaputt geht. Und dann ist da aber auch keiner schuld, außer die Mechanik, die halt da drin ist, nur um zu nerven. Was übrigens auch nervt ist, es gibt von dem Spiel dann auch, wenn es erscheint, eine Digital Deluxe Edition für 10 Euro mehr. Da sind 5 Cosmetics drin. Und mein neuer Erzfeind, einen Early Access, dass du das Spiel einfach 3 Tage früher spielen kannst vor Release. Ich hab schon mehr als genug bei den Diablo-Videos allen beiden breit getreten und ich werd's auch hier einfach nochmal tun. Das ist echt der letzte Scheiß. Wir können Publisher damit nicht durchkommen lassen. Vor allem in diesem Spiel hier, ne? Bei allen anderen ist das ja immer so in so Paketen verschnürt, wo noch, ja, da ist das, das, das und das dabei. Und außerdem darfst du ein paar Tage früher spielen, ne? Bei, äh, Starfield ist es auch in der Digital Deluxe Edition Dings da, aber da ist ja wenigstens schon mal der DLC auch noch alles dabei und so. Und hier ist es halt wirklich nur, ja, 5 Cosmetics und der Early Access. Und da ist nichts, da ist einfach meiner Meinung nach wirklich nichts drin, was diesen Aufpreis von 10 Euro gerechtfertigt. Alles in allem aber bin ich doch positiv überrascht gewesen von der Demo und, ähm, hab das Spiel jetzt mehr auf dem Schirm als vorher und bin gespannt, ob ich's denn spielen werde, wenn's im September rauskommt, weil September und Oktober haben wir jetzt hier in der, äh, das, was ehemals E3 war, Phase gesehen, dass dort sehr viele Spiele rauskommen werden. Und vielleicht heißt es bei Lies of P dann auch erstmal, stell dich hinten an, mein Freund. Ähm, ich muss irgendwas anderes spielen, keine Ahnung. Vielleicht kündigt ja auch, äh, Sony tatsächlich spontan, äh, nochmal Bloodborne für den PC für den September an. Dann hat sich die Lies of P-Sache, glaub ich, komplett erledigt. Ähm, ja. Und ansonsten tut das, glaub ich, exakt den Itch, äh, Scratchen, den Leute haben, die unbedingt, äh, mehr Bloodborne spielen wollen. In dem Sinne, auf Wiedersehen. Geil. Puh, alles oder nichts mal wieder.